Und nun zu Frieckmann 3000, der interessanten Talkshow mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute zu Gast Angela Merkel und Peter Struckmann. Ja, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen eins. Diese Welt gehört nicht zu Berlin, äh, nicht zu der Mauer, äh. Politik ist der größte Mensch, der auf der Welt lebt. Ich bin ein Politiker und ein Minister und kein Sträfling. Herr Struckmann, Ihre Politik ist auch meine Politik. Ja, aber nicht für alles. Ich weiß es. Wissen Sie warum? Hitler hat alles vernichtet. Ja, Hitler war unschweinend. Hitler hat alles zu kommen. Hitler hat gesagt, die wollen Krieg schreien, die wollen tot, die Menschen stehen, nicht in Europa, sagen wir. Ich weiß es, aber nicht für Politik. Wenn Deutschland so weitermacht hat, dann will das Dritte Reich. Dann will das Dritte Reich. Ja, weil die da. Wir wollen in Freiheit leben und nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Und da haben wir gesagt, Hitler ist ein Nazi-Schwein. Und wir würden auch für euch das Leben tun. Auf die Erde. So, so, da bist du ja wohl.